Liebe Burgenländische Schulgemeinschaft, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte sehr herzlich noch einmal, das letzte Mal, das Projekt mit dem Tierschutz Burgenland in den Vordergrund stellen. Das ist eine Unterstützung hier des Sonnenhofes. Dadurch, dass wir Armbänder an junge Menschen verkaufen, Armbänder als Zeichen für den Tierschutz, für die Unterstützung von Tieren, die hier ein Heim gefunden haben und die auch hier weitergegeben werden an weitere Menschen, die mit Tieren sehr gerne umgehen und sehr gerne Tiere bei sich zu Hause haben.